Die meiste Zeit, ääääh, trainiere ich ja später nur noch, ne? Ja. Dadadadadadadan... Pokon ablegen... Pogemon... Pogemon... Ablegen... Komm, ich spiel mit meiner Belegklasse. Ich lass den Tok Tok raus, ok? Hm? Ist der Schneider braucht die nicht. ach ne, ich nehm tot, da kann ich mit einmal durchlaufen kannst du? ja, muss ich aber nicht oh, jetzt bin ich über den Zaun mit schnell ja, super machst du Speed an, springst über den Zaun oh ok, das sind Stoppdinger ok hallo, Gegner und ich komme nicht vorbei, ok ok, hier komme ich auch nicht lang aber hier komme ich schon mal lang, super ja, komm, wir beide kämpfen, mein Freund nehm, ich packen tschüss so honda oh nein oh jetzt kann ich auch noch in den Arsch rein wie? in seinen Arsch? hehehe ohne Tuk Tuk kriegt das doch nichts ne? ne ich muss doch Tuk Tuk mitnehmen ne, oder trainieren? ne woran rennst du jetzt eigentlich? ich mach grad Giovanni platt da muss ich trainieren weil ich Tuk Tuk 4 werde ich nicht mit Tuk Tuk alleine schaffen und Arctos und Zapdos sind Level 50 aber so kacke ich sag mal Matsche geskilled du bist Matsche Batsche Matsch geskilled du bist Matsche Patsche hier, siehst du mit Surfer Tuk Tuk ich bin das gleich tausendmal schneller ja, sag das schon ne ne niemals ich bin der Kokomontrainer Tja wass ach da ist er schon hi ging er schnell ne besiegst du zwei Typen da drin dann bist du schon da ohne großen Aufwand ne später dann in der nächsten Edition da musst du alle besiegen tja danke für den Orden ich darf jetzt Flieger geschenkt bleiben ich kann nix tragen ach ja nimm dies geschenk bitte oh ich kann momentan das nicht tragen hier oder was weil du schlecht bist hm weil ich so viel kacke drin hab ach belebern will ich brauch kein beleber ist ja auch kacke was haben wir hier noch feuersturm ist gut den können wir vielleicht noch behalten was haben wir hier ziehwelle kann keiner benutzen äh kann ich bitte jetzt was tragen nimm das geschenk geofrisur ok geofrisur ja geofrisur naja naja ach du bist einfach blöd du bist kacke nee das weiß ich nicht äh ach du bist blöd Pokémon mitnehmen Arctos Zapdos Relaxo das ist auf jeden Fall klar Arctos Zapdos Labadas Arctos Zapdos Labadas und Knuffenser hab ich gar keinen Bock drauf ne ne das einzige Pokémon was zerschneider kam bei mir ja so ah oder schmeiß ich relaxo wieder raus ne 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 der ist der ist schon fett genug im Team der ist schon fett genug im Team naja so so jetzt muss ich doch links lang da konnte ich doch gegen Wettkämpfen beziehung gegen Centos ja hei Centos mh cool ich hab alle Orden tu doch nicht na hier frisst Stärke oh ich muss oh ich muss nein so äh Stärke Surfer du brauchst du brauchst einen Türöffner fick dich wie ich das nicht weiß ja weißt du ich hab er sagt ja du hast gewonnen ne und dann sagt er du musst aber dennoch mehr trainieren mh ich hab den mit Togtog einfach umgelegt oh man ne sag ich ja einfach nur ein Pokémon zu nehmen ist doch kacke nein das ist das Pokémon Prinzip naja die anderen Pokémon sind einfach nur so ein Level wie sie sind damit sie wenigstens was machen können naja aber braucht man einen Blitz in dieser Kackhöhle bitte nicht ah ne gab's gar keiner die Nale die Mischlitz die Nale oh du trägst die Felsorden du darfst weitergehen ach hey musste man ja alle Orden vorzeigen bei den ganzen Knallköpfen ja das kenn ich gar nicht mehr ja ja ich besitze den Donnerorden ich kann auch einer klatschen zeig dir wie der Donnerorden wehtun äh Surfer den ist rumgerennen hier drin und ist grad voll zum Kotzen naja ich weiß weil ich noch nicht mal weiß wo man den Türöffner hellkriegt ach den fragt sei den Türöffner nein wenn der Zilp guckt ach so äh ja viel Spaß beim Suchen ja ist schon klar nur den Spaß hab ich nicht dabei du hast was passiert wenn du ach du hast bereits den Vulkan ja hab ich hm hm ich hätte mir immer mehr Heid mitnehmen sollen und so so ich hab den Erdorden ach du scheiße bis scheiße bis scheiße ja ernst tot ah maschock maschock tot oh nix tot ach da muss der Stein drauf ah ich verstehe das Prinzip nicht stärke das ist einfach nur doof schieben schieb den Wall 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 schieb den Arsch schieb den Arsch ne du schiebst dir das den Arsch iiii das ist aber nicht lecker schick dich ne danke wer kommt denn jetzt Kleinstein alter der sieht aus als ob der Tumor auf dem Kopf hat also so wie du meinst du ne ich bin ein knuffiger Junge ne bist du nicht doch nein ich bin so richtig knuffig du bist ein kleines Mädchen ne Flucht und Flucht und Georock hi Möchten wir noch ich dachte wir können Freunde werden aber nicht so stirbt das einfach von meinen Augen weg ich dachte wir werden Freunde jaaa du kannst keine weiteren Items tragen ja super und du kannst ja du kannst benutzen das auch so das ist denn jetzt ein Sonderbonbon Sonderbonbon das bekommt du deine Oma Ne, meine Oma bekommt das Sonderbonbon nicht Ne, wieso nicht Dann wird's ja noch ein Jahr älter automatisch Wäre doch voll lustig Wenn es Menschen so einen Sonderbonbon gibt's Ja Ja Hätte auf jeden Fall voll Funny-Effekt Ja Oh, ja Der Funny-Effekt Ja, der hat alle Anfangspokémon Was ist mit dir denn los hier? Ja sicher, du hast auch noch Glurak Weißt du, reicht schon, wenn du Glumanda hast, ne? Aber Glurak noch? Ja Schäm dich Er hätte immer gesagt Pop sie, pop sie hart Pop sie, pop sie hart Und dann hat alle bekommen Sehen du so bist ein bisschen